Ab dem 1. Oktober müssen alle Gaskunden eine extra Abgabe zahlen, damit nicht nur die Gasimporteure auf den hohen Kosten sitzen bleiben. Wenn die Gasumlage niedrig ausfällt, würde das für einen Single-Haushalt etwa Extrakosten von 90 Euro bewirken. Wenn sie dagegen hoch ausfällt, könnten zum Beispiel auf eine Familie in einem Einfamilienhaus zusätzliche Ausgaben in Höhe von über 2000 Euro zukommen. Unsicher ist bisher, ob auch Fernwärmeabnehmer und Biogasanbieter betroffen sind.